Ich würde ja auch noch sagen Geschichte, ja und und los hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Runde TTTT und herzahllo. Genau und es geht darum, was einige unserer netten Mitspieler an Zukunftsplänen haben. Ja, ihr solltet eure Zukunft machen. Deswegen geht immer schön zur Schule, macht eure Hausaufgaben und macht alles, was ich nicht gemacht habe. Da wird auch euch was raus. Komm, komm. Spanisch? Ja. Ey, jetzt ist mal ohne Spaß, aber so gut warst du Spanisch auch wieder nicht. Besser als du. Ja, das war ja keine Kunst. Ich wollte gerade sagen, Tant hat doch immer noch nicht weiß, welche Städte in Spanien liegen. Nein, wo sie liegen. Nur noch, wo sie liegen. Wurde ich mal treten, an der Nordseite oder an der Südseite? Nein, das ging um die Frage. Auf Spanisch. Ja, wenn ich abgelenkt werde von dir und Dennis, ne, was soll ich machen? Das lustige ist, ich habe nie Anschluss gekriegt. Das Wort auch, wie hieß? Nein. Ich bin übrigens bei unserem guten Donatos. Ich bin bei Ron. Oder Ron ist bei mir, je nachdem wie man sieht. Weil ich im Auge renne. Hast du auf mich geschossen? Nein, da war ein Boomerang, rechts irgendwo. Gibt's gehört. Hier ist die Leiche. Span. Da drüben. Ah, schlecht. Ich bin nicht der, Mami. Der ist hinter dem Berg. Ich bin, ich gehe in das Haus. Ich gehe erstmal safe. Was ist denn das für eine Kackwaffe? Du musst halt nur damit umgehen können. Ich war halt im Raum im Auge. Ganz, ganz tief im Auge. Ja, ja. Rache ist Blutwurst. Sehr klar, hoffe ich. Ich war Traitor. Was willst du? Das war mein Job. Das war mein Job, Knurk. Was war denn das ekelhafteste, was ihr jemals gegessen habt? Püschelsteiner Eintopf. Weintrauben, wo dann im Nachhinein die Maden rausgekrabbelt kamen. Im Nachhinein? Als du schon gegessen hast? Als du dann im Mund kamen, dann raus. Wie? Ja. Als ich mal ekelhaft gegessen habe, war Krützwurst. Das ist doch lecker. Das ist doch lecker. Das ist richtig lecker, aber immer... Nein. Du kennst das nicht, ne? Äh, ne, ja. Ich glaube, wenn ich so höre... Das ist tote Oma. Ja, dann hört es doch schon auf, ey. Tote Oma, ey, das ist so lecker. Das ist geil. Schön mit Kartoffelmus. Genau. Aber was geht bei dir eigentlich schieben? Und Sauerkraut dazu, schön durcheinander mischen und dann essen. Das kann man machen. Genau. Ah, ne. Pfui, ey. Aber hundertprozentig. Also, Knobli hat eh keinen Geschmack, der verabschiedt Currywurst. Ja, das ist ja auch... Currywurst kann man essen, aber es ist nichts Besonderes. Löde. Ist so. Wo wir auf Klassenfahrt in Berlin waren und... Und in Berlin nur Currywurst gegessen haben. Mir hat schon wieder ein Armee geblendet. Wer ist denn hier schon wieder? Ein Bauer. Ich hab das auch schon gehört. Meine Güte, spielen wir hier auch TTT oder Farmville? Farmville. Farmville. Das wär geil. Da würd ich auch mal ne Chance haben. Das seh ich genauso. Ne, ist eins, was mir überliebt. Kaktus und die lange Geranik. Alle leben so noch. Unglaublich. Ich denke mal, dass noch alle leben. Ich hab noch keinen getötet. Nein. Alter, ran. Es ging um die Kakteen. Oder um die Kaktusse. Je nachdem, welche Rechte man übernehmen. Ich ging nur meine Ex-Freunde um die Kaktusse. Um meine Ex-Freunde. Um die Kack. Du hättest ne Freundin? Immaginäre Freundin. Ja, linke Hand, ne? Genau. Ne, die Arm ist es. Hä? Ne? Mit was denn? Mit welcher Begründung? Ich hab die anderen zwei im Blick und hast gerade eben schon wieder Hühnchen geplant. Ich hab kein Hühnchen gesplantet. Junge. Na klar, du willst immer ein paar Schicksal. Ich hab noch nie Hühner geplantet. Wer war denn unten im Strandhaus? Wo? Strandhaus. Also war's jetzt da, der Paul oder nicht? Das Hühnchen ist im Strandhaus unten, wo die Waffen daneben liegen. Im Strandhaus? Ja, wo die Waffen unten daneben liegen. Ich hör's. Ja. Na, aber der Renk hat auch grad von dort. Na, ist's jetzt, Paul? Bist du dir sicher, weil du an das Schiesschen? Ich bin's nicht. Ja, komm ich dir rein. Ich hab noch nie diese kommischen Hühner geplant. Ja, Mensch. Wo sind die Hühner? Ich hör sie nur. Ich hör sie auch. Paul will wieder zu den heißen Schicks. Alter. Es ist tot. Warum? Ja. Ernsthaft? Ist tot? Ja, ja. Ich hab's grad gesprengt. Ich hör's dir in Fett. Übrig, da kommt, da kommt ein Eimer von Cave Cena. Ja, kannst du essen. Das ist Fleischwerber. Was kannst du denn? Da würde ich auf Platzierung. Warum bist du auf 100, Ron? Weil ich vom Hühnchen angegriffen wurde. Okay. Na, dann bist du's schon mal nicht, weil du ist safe. Na, dann ist's Grin. Der Traitor wird auch angegriffen, oder? Ich war oben auf dem Leuchtturm gewesen und hab euch mit Discos beworfen. Mit Discos? Hm. Also das ist schon wieder ein Grund, dich umzuziehen. Renn verfolgt mich. Also Renn und, äh, Paul. Renn. Ich hab grad Tom, ich seh Thomas. Weiß wo. Hm, ja, genau. Ron, lebst du noch? Ja, ich kämpf grad gegen Renn hinten bei den Felsen. Hallo? Das war ja wohl Verdachtskill. Ja, Paul sagt nix mehr. Ja, super. Ich sag, komm, du komm, du komm, du komm, du komm. Ich hab ganz laut gesagt, renn. Ich hab ganz laut noch gesagt, renn. Und dann war's vorbei. Wir sind da weggerannt. Ich kann wieder nicht bewegen, ich hätte... Boah, Mann, ey. Wieso seid ihr nicht zu dem Huhn gegangen? Ich hab extra einen Huhn geplantet, wo ich ganz weit weg war. Offiziell. Na ja, na ja. Bei dem Unten kamst du mir entgehen. Da warst du für mich schon wieder verdächtig. Hä, bei dem Huhn? Beim letzten Jahr, woran gesagt... Ich hab... Es ist bloß eins geplantet worden. Ich bin innocent. Nur mal so, Ratnotiz. Ich bin Tessony. Ich hab noch nie diese Hühner geworfen. Noch nie. Ich auch nicht. Noch einmal. Aber ich hab's total verkackt dann. Nee, äh... Ich hab noch nie, außer einmal. Äh, ich hab's einfach, äh, zum ersten Mal gemacht, weil wenn ich meine Roboter loslasse, meine Man-Hacks, heißt's ja gleich... Habt ihr schon sofort. Wieso, Man-Hacks macht den Raum und Zug. Hier war ich noch nie auf der Map. Der ist mit dem Fahrstuhl hoch. Ich? Also, wenn du... Damit du in Ruhe shoppen kannst. Damit du in Ruhe shoppen kannst. Ja. Ah. Ich bin die Shopping Queen. Ja, Mann. Das ist dieses Jahr dein Motto? Äh, die sind die... Dann bleib ich mal lieber unten. Die Tatsache, dass du weißt, was es... Dass es da irgendwelche Mottos gibt, ähm... Ähm... Äh... Ich bin bei Black. Ja, genau. Kennst du mir mal hier nicht hinterher? Jetzt bin ich bei Thanatos. Ach, 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 bei mir oben. Bei mir ist Ron... Und... Er ist da nicht oben. Ich geh weg. Also, ich laufe nicht. Mr. Jing... Oh, da ist jemand gestorben. Ich hab's gehört. Hört, oben. Ron ist hier noch? Äh, mir ist... Mir ist gerade eine Leiche entgegen geflogen. Hm. Der irgendwo... Ah, weg. Alter, wer hat die Brand geworfen? Ich nicht. Einer von euch beiden ist es. Einer von euch beiden. Ich weiß es. Wozu du? Da klebst du duft zum Fahrstuhl vor. Alter, Pax. Alter, die Brand ist immer noch da. Wer hat auch die Brand geworfen? Ich nicht. Ich bin low-life. Ich bin jetzt das Brand. Echt? Bist low? Ey! Ne. Ich versuch gerade mal... Ich hab Angst. Ich muss gerade Mausempfindlichkeit umstellen. Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn der den zerquetscht? Geht nicht. Ich glaube, liegt da wieder drauf. Pass auf, Fren. Einer von euch bin ist Traitor. Nur so. Oder du. Ja, geht nicht. Guck mal, liegt drinnen. Schön. Mitten im Fahrstuhl. Ey. Warum hast du nur auf jeden Fall nur eine Diegel? Also einfach, weil ich im Nahkampf mit einer Weifel gegen eine Shotgun ungefähr so viel wie ich schon gesagt habe, wie, äh, Thanatos, äh, was... Halt die Fresse! Weil ja vorhin mich mit dem Thomas getötet hat. Vielleicht deswegen. Au, 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 au. 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 Renn. Ja. Da ist Händen und Delka. Wieso bist du low-life? Der Forscher hat mich eingeklemmt. Ich stand hier, wollte gerade ein Thanatos, äh, confirm. Da fuhr das Ding... Ey. Da fuhr das Ding auf jeden Fall nach oben. Fuck. Warum? Entschuldigung. Ich hätte nie gedacht, dass der Traitor sich selber irgendwie die... ...dämme... ...dägen. Ich hab noch gesagt, das war der Fahrstuhl. Ich bin auch der Fahrstuhl. Darf ich jetzt erfahren, warum zum Geier ich jetzt gerade gekillt wurde? Random-mäßig? Ich hab noch gesagt, weil ich hätte nicht gedacht, dass der Traitor sich... ...selber so krass Damage zufügen würde. Ja, das ist okay. Das war auch nicht geplant. Ich dachte aber, wer macht denn als Traitor bitte solche Experimente? Ich wollte Thanatos konfirmen, ich weiß noch nicht, dass... Ich bin Traitor, äh... ...wo ich bin, wo ich bin, wo ich bin, scheiß Fahrstuhl-Klicker, der hochfährt. Ist krass, wie viel Assamkeit geht, deswegen bin ich gestorben. Ich bin Innozent. Ich war bis 10 Minuten drinnen. Ich bin bei Black. Black hat Fahrstuhl. Und lass mich. Ich war gar nicht auf den Fahrstuhl. Ja, ich weiß. Schafft man es jetzt eigentlich hoch mit einer Nate, oder geht das nicht? Wut? Wo gibt's hoch, was? Nee, reicht nicht aus. Ey! Ich hatte es hier mit einer HE beschmissen. Ich wollte die... ...und eine Nate da hochwerfen, war das eine HE? Entschuldigung. Aus Versehen, sorry, da war eine Granate. Renn! Ich wollte gucken, ob man hochkommt auf den Turm. Renn hat auf mich gezielt. Ist Renn oben? Auf den Turm? Nein, das ist unten bei... ...bei der Windmühle. Bei einer Felsen, weißt du ja, da wo die Brücke rüber geht. Jetzt ist er gerade unter der Brücke. Zwischen den beiden Schluchten. Hier, Paul. Hier, rechts. Du Schluchtel. Da unten. Zehn. Wow, Alter. Jetzt wäre ich fast drunter gefallen. Ich finde es erstaunlich, wie sehr du mich mir vertraust. Ich vertraue dir immer. Tanathos? Ja, gerade eben vor allem. Tanathos? Ja, ja. Okay. Ich glaube, Paul ist es. Ding, ding. Vertraut er mir auch. Bio, bio, bio. Tschüssi. Tanathos, lebst du jetzt noch? Ja. Okay. Was für ein Pech. Spannig. Ich weiß, du vermisst mich schon wieder, aber... Ne, ich hab bloß schon ne Partyhut rausgeholt. Du hast ein Hühnchen rausgeholt? Dein ein Partyhut hast du rausgeholt. Er hat ein Hühnchen rausgeholt, habt ihr das gehört? Hey, ey, ey, ey. Hey, ey, ey, ey. Sind wir da? Hey, ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Okay, ich geh lieber weg. Das ist mir echt doch so gut. Ein Hühnchen hat ne diegel. Hab ich. Ist richtig. Ja, kannste auch sch... Warum bist du hört? Weil ich aus Schlimm. Ich hab mich mit ner Disco von der Kante geschubst. Von welcher? Irgendwie eh noch. Ich weiß noch welcher. Ich wollte eigentlich auch ne Disco zu dir hochwerfen. Dann hab ich gelbst. verraten dann ernst hast du nicht umgebracht ich hab aua bekommen Ja, böser Tandatress, ja? Jo. Hm, wo bist du grad? Keine Ahnung. Sicher? Den genervten Stöhnen, nehm ich an, du hast Renner Headshot gegeben. Nein. Nein? Leck. Du kannst mich noch nicht trinken. Sicher ist sicher. Kommt der auch, guck mich an mit seiner Scheißdiegel. Du bist ja kein... Ja, aber jetzt kannst du eigentlich was anderes Headshots machen, das ist ja echt langweilig mit dir. Ja, das ist echt schlimm, also, äh... Der, vor allem, der guckt dich an, auch mal bei Headshot. Ich müsste einfach noch ziehen und der so, ja, aus den kalten, machen wir mal. Na, das ist wie Lucky Luke, der schießt schneller als der Schatten. Ja, genau, der mir auch. Jeder schießt schneller als der Schatten, das wäre sauber. Was? Jeder Mensch schießt schneller als dein Schatten. Bitte, nein. Na klar. Das ist ein Mythos. Nein. Nein, das ist wirklich so. Aha. Autsch. Licht kommt auch dich zu, das heißt, Licht bewegt sich ja, ne? Ja, mit Lichtgeschwindigkeit, der schnellsten Geschwindigkeit... Ja, aber du bist trotzdem noch schneller als dein Schatten. Das heißt, ich ziehe und schieße schneller als Licht. Das, das kam, es gab ein Video auf YouTube, ähm, da wird das genau erklärt, musst du mal gucken. Du bist jeder Mensch schneller als dein Schatten. Zwar ist das für uns nicht sichtbar, aber jeder Mensch schneller als dein Schatten. Dass du damit eben erschießt, das ist unmöglich. Aber du bist schneller als dein Schatten. Die Kugel fliegt nicht so schnell, wie du dich bewegst. Aber du bist theoretisch schneller als dein Schatten. Und wo hast du das her? Okay. Es gibt so einen Kanal, ich weiß nicht, wie der heißt, auf YouTube. Äh, der erklärt sowas immer ganz lustig mit Animationen, also was. Müsst du mal, müsst du mal gucken. Donald Trump.TV? Kanal Krande heißt doch. Stimmt. Ne, irgendwie so aus den 120 Sekunden. Bapp, 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 Aaron ist bei mir, Aaron ist bei mir, Aaron ist bei mir. Klappe! Aaron ist bei mir, Aaron ist immer noch bei mir. Aaron schießt! Aaron hat daneben getroffen. Äh, das war... Daneben getroffen. Daneben getroffen? Entschuldigung. Nein. Daneben getroffen. Renn dann, äh, nicht rennen, das war schon. Pa'ul. Pah. Du bist doch derjenige, der hier die Headshots verteilt. Ja, ich wollte gerade sagen. Bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt so einen sinnlosen Verdachtskill mache. Ja, mach's die ganze Zeit schon. Aber daneben. Aber getroffen daneben. Das ist vielleicht, das ist vielleicht sein Skill, dass er treffen wollte, aber halt nicht getroffen hat. Willst du sterben? Willst du einfach mal von mir einen, äh, Random Shot kassieren? Ja, ja, ich sag's dir mal. Nö, also heute hast du angefangen wieder. Das weißt du, ne? Oh, wie die Mädchen, ey. Ey, du hast du aber angefangen. Es geht ums Prinzip. Pa'ul hat aber heute schöne Haare. Danke, da freu ich mich aber ganz genau. Wo, weißt du das? Ja, wo ist der Renn übrigens? Wo soll ich denn das wissen? Bin ich seine Mutter? Naja. Bing, biege, bio, bio. Kann man die Vögel töten da oben? Nein, kann man nicht, hab ich schon probiert. Oh, schade. Was seid ihr eigentlich für Tierquäler? Warum? Du schmeißt ne abgerichtete Taube mit Sprengstoff auf deine Mitspieler. Die hab ich ja auch noch vorbereitet. Die hab ich gefragt, ob sie's darf, ob sie will. Hat's gedacht, okay, geht's. Ich hatte einen Vertrag unterzeichnet. Funfact zwischendurch. Im ersten Weltkrieg gab's sowas tatsächlich. Briefbomben, Tauben. Nein, aber mit Hunden. Dann wurden Sprengstoff umgeschneilt und dann wurden sie ins Kriegsgefecht. Ging nur leider nach hinten los, weil die haben Angst bekommen und liefen zurück in den Graben. Das ist super. Aaron? Aaron? Aaron, renn. Aaron? Ron? Ron seh ich. Also, ich glaub Ron ist es. Wenn Ren sich... Wenn Aaron... Wenn Aaron sich grad nicht meldet, dann ist es definitiv... Ron. Darf ich dich was fragen? Ja, bitte. Du hast grad eben noch nicht hört. Warum? Ich war vorhin schon hört. Ich bin das erste Mal dort runtergesprungen. Hab ich fünf abgezogen bekommen. Jetzt bin ich hier runtergesprungen. Hab sechs bekommen. Da bist du aber noch nicht hört bei elf Schaden. Doch, ich hab elf Schaden. Ich hab 89 HP. Also, ich würd' sagen, Ron ist es. Wir waren doch zusammen. Du bist doch grad eben erst... Warum bist du ne... Warum ist Ren hört so rum? Was, warum ich hört? Weil ich einfach runtergeflogen bin. Because love hurts. Ja. Seht leider nicht gemeinten Dingsbums. Pass mal auf den Ren auf. Du bist doch unser Headshot Master. Ich bin weg. Okay, Ren kommt wieder auf mich zu. So. Ich guck mal grad. Ja, pop, 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 pop. Renn, weg mit dir. Lass mich in Ruhe. Machen, Alter. Renn, verfolgt mich. Renn, schießt. Ja, dann machen. Für dich keine Problem. Keine Problem, Alter. Nebst du noch? Oder atmest du bloß schwer? Hm. Hat mich nie umgebracht. Nee. Scheiße. Hm. Das war ja das Spiel auch vorbei. Ist ein Argument. Hm, ich weiß. Hat nicht getroffen. Ach. Was ist denn ein Tannertus umgebracht? Am Strand. Bei den Fischen. Von Helgoland? Ja, ja. Auf jeden Fall. Von wo? Das ist da oben auf dem Turm. Immer noch. Oh Mann. Okay. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Äh, und ja. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.